Jungen, sowas versteh ich ehrlich nicht, du siehst doch was grad auf der Welt abgegeben haben, du sollst allgemein nicht solche Witze machen und erst recht nicht in dieser Zeit, Alter, du siehst doch wie einfach Schwarze grad umgebracht werden von Polizisten, du siehst was da für ein Ausstand grad ist und du machst derzeit so einen dummen Witz, Alter, du hast echt kein Gehirn.